Heute kommt der Kumpel wieder zum Einsatz, unser Digital Smoker. Wir machen heute was, darauf freuen Micky und ich uns schon seit Tagen, nämlich Baby Back Rips von Your Beef.de im North Carolina Stil. Nein, Lydia, im Style. Ja, im North Carolina Style. So. Ich drück auf an. Ja. Ne? Ganz genau. 40 Minuten muss der unbedingt immer vorheizen, das ist die Preheat-Phase. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob du den jetzt einschränkst. Ne, ich bin da immer nicht, Mensch, jetzt stehen ja lauter Nullen und jetzt, jetzt muss ich auf das Thermometer, oder? Mhm. Und jetzt? Jetzt musst du so weit nach oben fahren, das ist bei 93 mal vorhin gestellt. Ach so, guck mal, ja. Und jetzt 135 hat er ja nicht, also wird dann die Preheat-Phase kommen. Da. Aha. Und jetzt drück drauf. Hier auf das Thermometer? Ja. Und dann hast du gehört, jetzt fängt er an. Was du jetzt aber nochmal machen kannst, ist die Roste rausholen, die wir benutzen wollen und natürlich die Smokechips einfüllen, weil die Preheat-Phase ist dafür da, dass er jetzt schon mal mit dem Smoken anfangen kann. Wir machen nämlich heute zwei Kilo Babyback-Rips, weil unser Nachbar nochmal Geburtstag hat. Ach stimmt, ja. Liebe Grüße an den Runden. Griller haben es sehr gut. Man weiß als Griller immer, was man den Nachbarn schenken kann zum Geburtstag. Oh ja. Wir freuen sich alle über Fleisch, über was Gutes. Wie, was nimmst du denn jetzt überhaupt für Smokechips? Schau, der hat mein Mann rausgesucht. Ich hab nie drauf geguckt. Kastanie habe ich genommen. Ach, das ist schön. In North Carolina wird hauptsächlich eigentlich mit Weinussholz oder Hickory gesmoked. Na toll, weichen wir jetzt schon ab vom Weg. Wir hätten sogar Weinussholz. Aber weißt du was? Ich finde tatsächlich bei Rippchen Kastanie am allercoolsten. Ja? Kastanie finde ich ist super intensiv und trotzdem so süß wie Fruchtholz. Also liebe Amis, das war Bescheid, ne? Ja, macht das. Ihr macht da einen Fehler bei euch. Wir machen jetzt den Brandenburger Style. Und die Soße wird ganz besonders für die Rippchen sehr, sehr minimalistisch. Fand ich auch, ist ein cooler Ansatz von denen. Sagen wir nachher, was da noch zu. Okay. Und dann haben wir noch ein großes Problem, Lydia. Was wir lösen müssen. Was? Und zwar, wir haben, weil Krautsalat gehört dazu. Ich weiß, was das Problem ist. Genau, wir haben gestern vergessen, das zu kaufen. Heute ist Sonntag. Genau, wir haben gestern noch dran gedacht. Wir saßen im Auto und haben es vergessen. Aber ich habe schon auch Lust drauf. Ja, und jetzt, das geht auch nicht ohne. Jetzt haben wir angefangen, wir müssen das machen. Jetzt ist deine Mission heute, Lydia, noch so einen Kohlkopf ranzukriegen, damit wir den Leuten zeigen können, wie echtes North Carolina Rippchen Gericht aussehen kann. Also so ein Krautkopf hat auch nicht mal einer mal eben bei den Nachbarn vorrätig. Ja, das ist jetzt deine Aufgabe. Ach guck mal, hast du mir alles hier schon vorbereitet? Korrekt. So guck, ich habe noch Löffel und hier so ein Küchentuch, weil man muss die Silberhaut erstmal abmachen. Micky, ich mache auf und du sagst, was in diesem Paket alles drin ist. Sehr, sehr gerne. Das ist nämlich das Mega Baby Back Rip Paket. Wie auch ein Mega Barbecue Extra Deluxe Paket. Gehen die Superlative da nicht aus? Nee, ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber irgendwie so heißt das auch. Und natürlich für unseren Fleischstiller des Vertrauens, unserem lieben Partner, yourbeef.de, da müsst ihr wirklich jetzt mal vorbeigucken, weil das, was Lydia da gerade rausholt, ist eine Packung. Davon sind drei Stück drin. Da sind also insgesamt drei Kilo Baby Back Rips, die da drin sind. Plus dazu dieses wundervolle Gewürz von Jörn. Jetzt kommt es aber, Lydia. Das riecht auch sehr gut. Aber Lydia, es ist doch noch nicht alles. Nee? Nee, das ist jetzt quasi wie QVC. Ja, aber echt ey. Da kommt noch was dazu, wenn sie jetzt bestellen. Nein, aber ohne Spaß. Es sind noch die Bratwürste dabei und genau die Sorte, die wir immer so feiern. Die wir auch gegessen haben zu den Waffeln und am Wasser unten, wo wir diesen Bambusgrill getestet haben. Die sind hier auch mit drin. Die sind auch mit drin. Zwei Packungen. Guck an. Also man muss echt sagen, du hast da alles dabei, kriegst eine riesen Meute satt und es kostet um die 50 Euro gerade. Der runtergeist kostet uns irgendwas um die 74 oder so und jetzt für 50 Euro zu haben, das ist glaube ich mal ein faires Angebot. Zack, 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 zack. Guck sie dir an. Hammer. Und riechst du das übrigens schon? Ja, der Smoker is ready. Der Smoker is ready. Dieser Smoker smoked für zwei Stunden ungefähr und in North Carolina smoken die aber die ganze Zeit. Also die ganzen sechs Stunden wird nix mit Dämpfen gemacht, was auch immer für eine Phase, sondern da wird einfach nur sechs Stunden heiß, kalt gesmoked und fertig. Final. Zack. Läuft bei uns. Gerappt wird bei strahlendem Sonnenschein unser Schirm, der quietscht. So, wir mussten ihn jetzt mal einfahren. Es war nicht Lüdias Knochen, es war der Schirm. Es waren auch nicht die Knochen. So, meine Hände sind immer noch eingesaut. Ich helfe dir. Im wahrsten Sinne des Wortes. Bitte streu mir was drauf. Und diesmal ist es so viel cleverer, dass wir nicht nur für unsere Nachbarn das diesmal machen, sondern für uns auch mitmachen. Das hätten wir beim letzten Mal einfach auch machen sollen. Oh, jetzt sind die so samtig, die Rippchen. Für was müssen wir noch sorgen, Lydia? Die richtige Temperatur? Nein. Nee? Nein. Den Salatkopf. Ach ja, auch der Krautkopf. Der Krautkopf. Aber wir müssen das kriegen. Ich bin sehr neugierig, weil die machen diesen Coalslaw da in North Carolina, nicht in South Carolina, mit Ketchup. Ja. Ketchup. Ketchup, Etichs, Salz und Pfeffer. Das wird super, genau. Und Zucker. Und Zucker. Genau. Und weißt du was, ich habe mich immer geschämen für unsere Scheibe hier, für die Smokerscheibe, ne? Ja. Aber in North Carolina sah das ganz genauso aus. Richtig. Da dachten wir gleich, wenn die Profis das auch so haben, dann machen wir das auch so. Ach guck mal, das sieht doch gut aus schon, ne? Sieht sehr gut aus. So, 105 Grad. Und mehr brauchen wir jetzt nicht machen, ne? Mehr brauchen wir jetzt nicht machen. Jetzt müssen wir alle zwei Stunden ein bisschen Holz nachlegen oder Holzchips. Und in der Zwischenzeit ist auch gut gesagt, man müssen wir nicht machen. Jetzt müssen wir uns um den Salatkopf kümmern. Ja. So, wir sind in Potsdam. Hier wird es ja wohl einen Laden geben, der noch offen hat. Wir haben uns jetzt einen rausgesucht. Gemüseladen. Macht niemals zu. Drückt mir die Daumen, dass ich so einen Kohlkopf kriege. Und? Ich habe keinen Weißkrautkopf. Pass auf. Bei dem Gemüseladen war ich, der hat gesagt, nee, das haben wir nicht. Dann war gegenüber ein Dönerladen. Ja. Wenn ich an die Tür habe, habe ich gesagt, Entschuldigung, ich habe mal eine irre Frage. Habt ihr vielleicht einen Weißkrautkopf, den ich euch abkaufen kann? Und da hat er gesagt, ja. Ich so, oh Gott, jetzt geht er nach hinten und holt so einen Weißkrautkopf. Und dann kam er wieder mit einem Eisbergsalatkopf. Ich so, nee, das ist das Falsche. Ist das nicht das Gleiche? Eisbergsalat? Ja. Salat und Weißkraut ist so ein ganz fester... Ach so, Entschuldigung. Ich glaube, es hackt. So, Freunde, es ist passiert. Wir sind jetzt ungefähr vier Stunden unterwegs. Also wir haben natürlich so ein paar Erledigungen gemacht und haben immer wieder nach Weißkraut Ausschau gehalten. Und jetzt habe ich bei unserem Dönerladen direkt zu Hause um die Ecke einfach mal angerufen, und habe gefragt, oh, ich habe eine schräge Anfrage, habt ihr Weißkraut im Kopf, den er uns verkaufen könnte? Und der Typ hat gesagt, ja, Hammer da, kommt vorbei. Ich bin gerade nicht da, aber mein Kollege weiß dann Bescheid, der gibt euch den. Ja! Da schnackt sie erst mal jetzt mit den Leuten im Dönerladen. Sehr gut. Ey, das war ein Ausflug. Ich kann euch sagen, aber wenn man etwas wirklich will, dann kriegt man es auch. Soll ich in der Zeit schon mal die Soße machen? Ja, bitte. Wie machst du die denn? Richtig ordentlich Tabaluba-Cetchup rein. Es geht auch nur der. Das ist, weil der nicht so viel Zucker hat, tatsächlich. Genau. Im Vergleich. So, bis es einmal dieses Geräusch macht. Es gehört Essig rein. Dann gehört im Original Zucker rein. Wir nehmen dafür aber Ahornsirup, weil wir das noch schöner füllen. Zack. Und jetzt nur noch Salz und Pfeffer, Lydia. Und dann umrühren. Ach ja, und eine Sache habe ich vergessen, Lydia. Was denn? Da bin ich gar nicht, wo ich mir das hingestellt habe. Ein Glas, da muss noch Wasser rein. Ach, hier ist es ja. Die machen das nämlich sehr wässrig. Ah, echt? Ja. Aber nicht so viel. Lydia, vertrau mir. Der hat sogar mit der Hälfte Wasser gearbeitet. Ich mache das jetzt nicht mehr mit der Hälfte. Das soll richtig flüssig sein. Guck mal, guck mal, wie die jetzt sind. Echt? Super, ja. Weil es nur unterstreichen soll. Das soll keine dicke Barbecue-Schicht sein. Nicht richtig eingeladen. Wir glazen das jetzt auch nicht im Grill. Das kommt sozusagen auf die Rippchen drauf. Echt? Und beim Essen kann man das so eintauchen dann. Ach was. Das macht man auf dem Teller und taucht man das so ein bisschen ein. Lydia, willst du mal erzählen, was jetzt heute überhaupt alles hier passiert ist? Und auf der Suche nach diesem Krautsalat. Ja, also wenn wir mal ehrlich sind. Wir sind ja losgefahren, weil wir einen Anhänger abgeholt haben bei den Schwiegereltern. Um den voll zu krachen mit Gasflaschen. Ja, brauchen wir ja immer zum Grillen. Wir fahren also los und haben links und rechts immer geguckt nach Krautsalat. Na, ihr wart ja dabei. Sind wir bei den Schwiegereltern angekommen. Die mussten ihr Auto vorm Garagentor wegfahren, damit wir an den Anhänger kommen. Dabei ist beim, naja, beim am Berg anfahren, der Papa rückfährt gegen das Garagentor. Musste Micky mit ihm erstmal Garagentor reparieren. Dann sind wir zurückgefahren. Dann hatte der Anhänger eine Macker. Da ist das Stützrad immer wieder runtergerutscht. Da haben uns die Leute auf der Autobahn immer so Stützrad Hinweise gegeben. Haben wir dann hingekriegt, ganz am Schluss hier, als wir schon kurz vor zu Hause waren, ist es dann ganz abgegangen. Hat es einmal gescheppert, hinten lag es auf der Straße. Also wirklich. Und der Smoker hier in der Zeit, wir waren Stunden weg, hat sein Ding gemacht. Hat sein Ding gemacht. Ganz zuverlässig. Normalerweise hat der gesagt, dort bei North Carolina, das Geheimnis, dass es viel, viel kleiner sein muss. Das ist eigentlich wichtig. Noch kleiner? Noch viel, viel kleiner. Weißt du, wie groß die Stücke sonst sind, wenn ich Krautsalat mache? Ja, aber das muss eigentlich viel kleiner sein. Aber egal, wir machen das jetzt da ran und dann haben wir so ein König Rüppchen rausholen und sind fertig. Eigentlich würde ich jetzt gerne, dein Glaze ist doch genau das, ne? Eigentlich wäre das jetzt das perfekte Pressing. Ihr seht, wir machen das wieder frei nach Schnauze. Das ist aber auch zu wenig gewesen. Das ist wirklich zu wenig. Weißt du, wie viel Zucker der da rein gemacht hat? Ja, ja. Und die haben den auch roh verarbeitet, ne? Ja. Den Krautkopf? Ja, ganz genau. Ich hätte es gerne ein bisschen weicher. Aber ich glaube, wenn man den jetzt bis morgen durchziehen lassen würde, dann wird der nochmal geiler. Weil dann saugt der das richtig auf. Und? Schnurps, schnurps, schnurps. Mhm. Das ist aber geil. Ja. Okay. Es ist angerichtet. Jetzt noch Sößchen drauf, ne, Micky? Guck mal, aber es sieht doch so ein bisschen aus, weißt du, wie so ein, ähm, äh, wie heißt das im, äh, Restaurant. Weißt du, was wir früher gemacht haben, wo Corona noch nicht da war? Wie hieß denn das? Wo haben wir hingegangen? Das hieß Restaurant. Das hieß Restaurant, ne? Oder Gaststätte oder sowas war das. Gaststätte. Da war das. Und da beim Ami, da hat man das dann so hier schön gekriegt. Es fehlen Pommes. Ah. Aber die waren ja da nicht dabei. Die waren da nicht dabei. Da haben die keine Pommes gegessen. Die haben Haschpappis gegessen. Haschpappis? Ja. Das ist frittiertes Maismehl im Grunde. In Kugelform. Och. Fand ich geil auch. Sorge ist natürlich, dass es ein bisschen trocken geworden ist, weil es zu lange da drin war. Aber jetzt muss ich wieder testen. Nein, es ist nicht trocken. Okay. Alles klar. Alles klar. Null. Okay. Geil. Und die Soße? Also die North Carolina Soße? Es wird ein bisschen schärfer, ne? Hatten die aber nicht dabei. Das ist wirklich das Primierte. Für dich vielleicht. Aber für mich doch nicht. Das ist das Gewinner-BBQ gewesen. Ich weiß warum. Ja? Ja. Geil. Dann gehe ich jetzt mal ausliefern und du kannst schon mal anfangen zu essen hier. Alles klar, ne? Ja. Warte, ich sage vorher aber noch Tschüss. Tschüss. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Eine Frau lernt Grillen. Abonniert unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Aktiviert die Glocke. Und alles, was wir wieder einmal benutzt haben, findet ihr als Links unter dem Video. Damit unterstützt ihr uns ein bisschen. Und dann freuen wir uns auf euch nächstes Mal. Tschüss. 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 Tschüss.